Leute es ist wieder Troutan Zeit! Also Trash-Zeit mit meinem Main. Mein Main ist wieder da. Und diesmal mit dem Schneemann-Skin. Wir haben Winter. Ja, ich spiele den Schneemann-Skin. Ich spiele einen Winter-Skin im fast Sommer. Ich meine wir haben draußen 26 Grad. Schneemann-Skin. Oh. Micaela! Micaela! Das ist Holz. Ja, wenn ich jetzt bleibe, dann kommt es einfach zu her. Was? Äh, Hi! Ja! Also klar. Sag mal, die Runde kriegst du schon wieder super. Micaela triss dich! Komm, komm, komm! Spring, Deutsch-Fans! So. Micaela! So, da ist er, da ist er. Ich hab's gerade gesehen durchs Fenster. Hallo! Hohe Weihnachten! Im Sommer. Ach! Blenden willst du! Deswegen rennst du hier rum wie ein Hampelmann! Oh! Oh! Äh, Kate? Dein Jen? Den? Ähm, äh... Ah! Böse! Keeeeet! Ähm, ja. Was war das denn? Ist die durch mein Nebel durchgegangen oder was? Jetzt komm her! Welch mit dem Scheiß? Der pisst dich, Micaela! Wacht hin! Der pisst dich! Jetzt ja... Wendem Arab! Also, das ist ein zufälliger Arab! Ja! Ach! Piem Pappi! Wieso ey, mein Papi! Stop! Spann, hörst du jetzt da auf! Nimm erstmal mit! was machst du hier was willst du hier warum bist du hier ist schon wieder der park hatte das gerade gesehen wie ich einfach so nach unten gedenkt bin dass ich war einfach für eine kleine sekunde gestand das ist ich weiß aber es ist nicht du bist du ist schon tot kann ich jetzt schon oben? ja oh, Michaela, hi ich bin im Winter im Juni oh ja, komm mit bei uns ist es warm sehr kalt äh ja, alles klar nimm mich mit ja, eh auf ich muss ehrlich sagen, auch wenn mich der neue Killers super gefällt also der ist richtig cool, der jetzt kommt hier die Singularität, weil der hat sogar eigene Voicelines, der hat eine richtig geile Roboter Stimme und hat so sogar ein richtig geiles brutales Mori und so, aber ich glaube Dredge wird weiterhin mein Main bleiben, einfach nur für die Sonne Momente, mit den Teleport und weil und bei Dredge ist natürlich mit den coolen Skins, weil wer weiß, was bei Singularity der ist glaube, was Skins angeht normal ja ja, Dredge, ich weiß, du bestehst aus Holz aber hör auf das Holz zu hauen ja schön ähm die Kate ist ein bisschen verfeilt ich ich will den LM aber was ist ein Sprint Boost ja, die haben eh in Wacker ich hab, ich meine, ich hab die, die haben 5 die haben keinen Sinn fertig, ich hab schon die erste tot ich hab noch nie so schnell einen tot bekommen äh ich bin nämlich hey ja, äh das Problem, ich glaube er wird coole Skins kriegen, klar und ich werde noch wahrscheinlich coole Sachen aus dem machen was Skins angeht aber ich glaube Dredge ist da nochmal ein bisschen cooler weil Dredge ist ja wirklich gar nichts ich glaube bei Singularity da müssen sich ja wenigstens an 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 eh ad du hast wir den mit mit dem die wir ich werde ich werde deine familie deine kinder ich werde es alle essen ich habe eh verloren ich fühle mich einfach komplett verarscht was ist mit diesem bing ich hab zeit ich hab zeit jetzt kommt ich fühle ich doch nur einmal kriegen bevor ich den anderen tüte komm jetzt her nein ja der adam das spielt gut aber das versteht mir gerade so viel zeit er hat sich geheilt jetzt komm her ich habe immer noch keinen Sinn gemacht in der zeit das ist heftig da ist schick 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 holz ja genau ich habe auch gerade ja gesagt schick schick das tut oder schick na wie geht es ist warm oder ich meine das ist ein schick schick ach schick komm komm rein wir wollen dich bekrapschen äh ja so äh hat sich der bescheuerte adam sich jetzt wirklich töten lassen echt jetzt du wirst einmal erwischt und lässt sich töten ja komm kate ja komm muss nie ja geh rein los vertraut jetzt stehmann los ich seh die pause geh rein doch jetzt mensch sie doch ja ist unfair für die kate ich meine du die wär eh gestorben aber trotzdem jetzt noch mal punkte kriegen können aber lustig ich